Die Company Challenge ist ein Ausbildungsformat zu handlungsorientiertem Klimaschutz im Unternehmen. Die Lernenden sollen im Rahmen von drei bis fünf Arbeitstagen Wissen zum Klimaschutz aufbauen und dann anhand von eigenen konkreten Projekten merken und lernen, dass sie einen konkreten Beitrag leisten. Wir wollen natürlich einerseits die Leute befähigen, also jetzt hier die Lernenden mit dem Thema zu arbeiten, aber andererseits wollen wir ja auch vorwärtskommen in dem Thema, das heisst Ideen finden und ich denke, es sind vielleicht schon andere Sachen dabei, die man dann auch übernehmen kann oder weiterentwickeln kann. Also das Highlight ist sicherlich, dass die Lernenden wirklich angefangen haben, eigene Projektideen zu entwickeln, sich zu überlegen und da war ich doch positiv überrascht, dass sie schon wirklich viele Ideen hatten, auch Sachen, die wirklich mit dem Arbeitsumfeld der Lernenden zu tun haben, eben auch etwas Abfallreduktion ist oder noch mit Getränken bei der Ramsaja zu tun hat. Also es sind sehr spezielle Projekte, die aber denke ich mal genau das liefern, was wir wollen, nämlich Lösungsansätze konkret bei den Mitarbeitern. Ich glaube, alle Projekte haben einerseits Hürden, aber andererseits auch wirklich Qualitäten. Man merkt, die Lernenden haben hier sehr reife Ideen und wir sind überzeugt, dass im Projektverlauf man absolut gute Wege findet, diese Hürden zu überspringen und diese Projekte in irgendeiner Form in die Umsetzung bringen können. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020